Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, oder beziehungsweise guten Mittag kann man ja auch schon sagen. Momentan traden wir bei knapp unter 17.000 US-Dollar. Wir haben gestern nochmal einen kleinen Abverkauf gesehen, nachdem es gestern Abend nochmal so einen kleinen Push nach oben hingab hat. Leider nicht. Neue Shorts getriggert, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Doch bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und gerne in die Talk- und Signalgruppe reinkommen, wo ihr die Woche auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mit Signalen versorgt werdet. Denn BingX startet eine kleine Trading-Competition, relativ spontan. Ich habe auch erst gestern davon erfahren. Also wenn ihr Bock habt, da mitzumachen, unten einfach über den Link registrieren und schon seid ihr dabei. Und damit habe ich auch genug Eigenwerbung gemacht. Wie gesagt, momentan traden wir bei ungefähr 17.000 US-Dollar. Ihr seht hier, wir hatten gestern nochmal, dafür mache ich mal ganz kurz den Traders-Reality-Indikator an, nochmal diesen kleinen Push über unsere Psy-Range bekommen. Zwar schön mit einer Vektor-Candle, die wurde aber sofort wieder abverkauft mit einer neuen roten Vektor-Candle. Und daraufhin ist dieser ganze Impuls in Gang gekommen, größerer Abverkauf. Und dann hatten wir unten ein deutlich abfallendes Volumen dann bei diesem Abverkauf. Und seitdem haben wir so eine kleine Bodenbildung zumindest vorerst gesehen. Ja, wie geht es jetzt weiter? Wir haben jetzt morgen erst einmal die Inflationsdaten, wo wir ja schon im Wochenausblick darüber gesprochen haben, dass das alles ein bisschen kritisch sein könnte, weil die Erzeugerpreise höher gewesen sind als prognostiziert. Das wiederum könnte sich natürlich wieder auf die Inflationsdaten auswirken. Deswegen rechne ich heute erst einmal noch mit einer relativ angespannten Lage, bis dann morgen um 14.30 Uhr eben die Zahlen kommen. Zumindest, dass wir mal in dem Bereich des 0,5er Fibonacci Retracement Levels kommen, hier bei ungefähr 17.060 Punkten. Hier haben wir im Endeffekt unsere Ineffizienz dann gefüllt, maximal noch bis ins Golden Pocket. Und dann könnten wir auch noch die Reise einen Step weiter tiefer in den Bereich der 16.500 US-Dollar antreten. Das wirkt momentan nicht wirklich bullisch. Wir haben ja gestern noch in der Telegram-Gruppe darüber gesprochen, dass zumindest noch dieser Bereich hier oben um 17.400 US-Dollar noch der Bereich des Möglichen wäre. Hier wäre ich dann sowieso short gegangen mit der Gruppe. Aber wir haben es nicht mal bis dahin geschafft. Es kam vorher schon dieser Impuls nach unten. Und seitdem konsolidieren wir es eben hier auf relativ niedrigem Niveau mit sehr, sehr wenig Handelsvolumen. Aber diese Ineffizienz, wie gesagt, bei 17.060 bis ungefähr 17.150, das ist so eine potenzielle Short-Zone, die ich mir schon überlegt habe, auch um hier nochmal so ein kleines Short-Setup reinzuposten, wäre so ein Risk von ungefähr 0,7%. Wir haben aber weiterhin unseren Short von ungefähr 17.370, wo ich das Setup in die Telegram-Gruppe reingepinnt habe, mittlerweile noch offen. Also da hat sich wenig getan. Es sind zwar 75% raus, aber der Rest läuft weiter als möglich ein Hedge. Und deswegen hoffen wir jetzt einfach mal, dass der vielleicht noch sogar bis ungefähr 17.500 US-Dollar hält und wir dann hier unten eine mögliche neue Long-Position eingehen können. Ich gehe hier aber trotzdem noch nicht dieses Risiko, dass ich jetzt schon Setups reinposte. Für Tiefe hat einfach den Aspekt, wir wissen nicht, was morgen für Zahlen kommen. Sollten die Bearisher sein, werden wir wahrscheinlich nochmal deutlich, deutlich tiefer fallen. Und dann halte ich sogar hier die 15.800, wo eben noch dieser Vektor auf uns wartet. Immer noch im Bereich des Möglichen, bevor wir dann möglicherweise am Mittwoch eben dann deutlich, deutlich höher dann wieder kriegen, sollte die FED positiv gestimmt sein. Weil wir müssen uns halt überlegen, wie gesagt, dieser Monat, haben wir im Wochenausblick darüber gesprochen, ist noch etwas kritisch. Wir haben die Ölpreise, die so hart an der Grenze sind, die Erzeugerpreise, die noch etwas gestiegen sind. Das könnte alles nochmal für so einen kleinen, in Anführungszeichen, Crash sorgen. Zumindest in dem Bereich der 15.800 US-Dollar, wo natürlich noch unser Vektor darauf wartet. Kurzfristig gibt es aber, wie gesagt, kaum wirkliche Setups, die wir momentan traden können. Wir haben ja gestern darüber gesprochen, dass wir hier so ein kleines Symmetrical Triangle, so wie jeden Sonntag momentan, gebildet haben. Aber es macht halt an einem Sonntag, kurz vor Weekly Clothes, vor Daily Clothes, überhaupt keinen Sinn, in solche Pattern reinzugehen. Ihr habt ja gesehen, Fake Out und dann nach unten, dann hier unten auch wieder keine richtige, nichts Halbes und nichts Ganzes als Bestätigung. Preisziel nach unten hin wurde natürlich erreicht. Schauen wir uns mal ganz kurz an, wenn wir jetzt danach gehen. Aber wir hatten halt vorher dieses Fake Out und ihr wisst, ich bin kein Pattern-Freund, Pattern hier zu traden. Preisziel, wie gesagt, habt ihr gerade gesehen, wurde erreicht. Aber ich bin kein Pattern-Freund, um hier zu sagen, ja, wir machen hier ein bisschen Short, hier ein bisschen Long, das macht keinen Sinn. Es hat sich einfach nichts ergeben. Die Ineffizienz hier drüben wurde gefüllt, hier unten nochmal ein bisschen Support gefunden. Aber auch hier, momentan sehe ich nichts, wo wir Long gehen können. Eher dann Short hier oben eben bei diesem Retest, der noch im Bereich des Möglichen ist. Aber ansonsten wenig Bewegung, heute zumindest vermute ich mal, dass hier jetzt noch kein impulsiver Move mehr kommt. Sollten wir hier hochkommen, wäre das so ein kleines Short-Setup, was ich vielleicht noch später posten werde. Ansonsten die 17.400 US-Dollar für mich momentan eher das größere Short-Szenario, wo ich hier sehe. Long, wie gesagt, einerseits unten, da haben wir in dem Video, wo ich gestern hochgeladen habe mit meinen Strategien, könnt ihr euch gerne angucken, drüber gesprochen. Da war sogar das Setup mit drin, dass wir hier ungefähr bei 16.500 mit einem Stop-Loss von 16.300. Und die nächste Long-Position wäre dann erst hier unten in dem Bereich der 16.200 US-Dollar mehr. Sehe ich momentan einfach nicht, wo wir reingehen könnten. Dann gleich der Blick zu Ethereum. Gleiches Spiel auch hier. Wenig Veränderungen. Hier haben wir vorgestern im Video darüber, stimmt, gestern gab es kein Video, vorgestern im Video darüber gesprochen, dass dieses Golden Pocket hier der erste Anlaufpunkt ist. Hier haben wir genau erst einmal einen Bounce gesehen. Wir ziehen jetzt nochmal ganz kurz das Golden Pocket von unserem High zu unserem korrektiven Low. Und schauen wir hier, dieser Bereich um 1.266 wäre so der nächste Short-Bereich, den ich mir nochmal vorstellen könnte, um vielleicht noch die größere Welle hier endlich in dem Bereich um 1.209 US-Dollar mitzunehmen. Auch hier warten wir noch auf dieses Golden Pocket. Das wäre dann so dieser Bereich 16.500 bei Bitcoin, wo dann Ethereum hier in diesem Bereich bei 1.210, 1.215, wo das Golden Pocket eben liegt und natürlich noch dieser Vektor bzw. diese Support-Zone auch noch liegt, zu füllen wäre. Also auch hier erst einmal so eine kleine korrektive Welle nochmal einmal nach oben, dann tiefer und dann hier unten vielleicht einen doppelten Boden und dann Abfahrt nach oben. Aber das ist jetzt momentan so ein grober Fahrplan, den ich zumindest kurzfristig sehe. Mehr fällt mir bei Ethereum momentan auch nicht ein. Dann Blick zu BNB, auch hier leider noch nicht unsere Long-Position abgeholt, die ja bei ungefähr 277 ist ja das Signal, glaube ich, noch in der Telegram-Gruppe drin. Wenn nicht, muss ich es nochmal posten, aber das müsste auf jeden Fall drin sein. Downtrend nochmal getestet, das zweite Mal, wobei dieser für mich jetzt auch mittlerweile echt invalide ist. Für mich gilt unten das Golden Pocket bei 277 US-Dollar. Einerseits wegen dem Golden Pocket, andererseits wegen diesem impulsiven Move, also dieser Ineffizienz, dem Void, was wir hier drüben noch liegen haben. Das wäre dann so die erste Anlaufstelle nach unten und dann eben die Gegenbewegung nach oben. Und das kann ich mir sehr, sehr gut morgen vorstellen, dass wir morgen relativ viele Zonen erreichen werden, die für Long-Term dann sehr, sehr interessant werden könnten. Dann blicken wir auch mal zur Chilis-Runde. Auch hier wieder krasser Abverkauf. Hier haben wir auch mal drüber gesprochen, okay, das wäre so ein möglicher Swing-Trade, den wir hier eingehen könnten. Wir kommen hier langsam in interessante Zonen rein. Wir haben jetzt hier wieder diesen dynamischen Support getestet, aber wenn man es hier unten sieht mit sehr, sehr viel Volumen, also es ist sehr wahrscheinlich, dass wir hier nochmal dieses Tief hier unten holen. Und dann wirklich muss dieser Support halten, ansonsten komplett Abfahrt nach unten. Und da würde ich mir dann auch überlegen, ob wir hier so eine kleine Swing-Position hier unten aufmachen, bei ungefähr 0,13 irgendwo in diesem Bereich da unten. Weil, was man jetzt auch dazu sagen muss, wir haben jetzt erstmal hier drüben diese kleine Ineffizienz hier fast zumindest gefüllt. Es geht aber noch ein bisschen tiefer bis ungefähr 0,12,68. Also die Zone markieren wir uns mal an hier. Das wäre dann so die letzte Ineffizienz, die es noch zu füllen gäbe. Würde auch dazu, wie gesagt, ich habe gerade angesprochen, dass morgen ein relativ interessanter Tag werden könnte, um mögliche Level zu testen. Der nächste Bereich würde dann erst hier unten bei ungefähr 0,10. Hoffen wir jetzt mal nicht. WM ist fast rum, also der ganze WM-Hype ist erstmal rum bei Chilis. Aber das wäre so ein Long-Term-Support, den wir jetzt erstmal nochmal halten sollten. Gut, dann war es das zumindest was Chart-Technisch. Wie gesagt, alles ein bisschen durchwachsen heute. Ich glaube, morgen kommt erst dann die richtigen Bewegungen rein, wenn um 14.30 Uhr die Zahlen bekannt gegeben werden. Ansonsten alles kurzfristig, erst einmal Short-Term, Long-Done. Vielleicht ab morgen müssen wir dann einfach mal genauer beobachten. Gut, dann kurz zu den News-Kryptowährungen im Jahr 2023. Ein potenzieller Wendepunkt für die Branche. Also ich glaube, nächstes Jahr wird auf jeden Fall deutlich bullischer als dieses Jahr. Dieses Jahr war absolut Müll. Hat aus inflationstechnischen Gründen natürlich zu tun, auch mit der FED und sowas. Aber nächstes Jahr sehe ich die ganze Sache wieder deutlich, deutlich bullischer. Gut, dann, wie gesagt, lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne in die Telegram-Talk und Signalgruppe reinkommen, wenn ihr Bock habt auf irgendwelche Trades oder Fragen. Natürlich habt jederzeit reinstellen. Ansonsten war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann morgen früh wieder zu einem ganz normalen Update. Bis dahin, guten Start in die Woche. Bis dann, ciao, ciao und stay crypto.